Moin aus Berlin, Sul Sul und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sims 4 hier auf meinem Kanal. Ich glaube, das wird nichts mehr, oder? Du musst dir schon ein bisschen mehr Mühe geben, sonst wird das nix hier. So, was haben wir hier? Ach, da ist immer noch Techtelmechtel von gestern. Ja, guck mal, jetzt ist Techtelmechtel zu Ende. Jetzt sind beide müde gewesen kurz und jetzt stehen sie auf. Oh, noch ein Techtelmechtel, komm her. Raus, sauber genug und ab in die Kiste hier mit euch hier. Pass mal auf hier. Seelenverwandte, ja. Also das werden wir hier nicht mehr hinbekommen. Oh, und ab in die Kiste, Alter. Oh, Junge. Was war das denn? Ähm. Marie ist auf der Arbeit, okay. Karolin schläft, Anne schläft, Malfoy schläft. Der ist ein Engagieren, hallo. Der könnte vielleicht auch mal ein bisschen Klavitüd, äh. Üben, machen, tun. So, was machen wir eigentlich heute? Nix. Alter Schwede. Ich glaube, da ist unsere... Ich weiß gar nicht, wo ist sie überhaupt? Was hat sie hier für Fähigkeiten? Da ist sie auf jeden Fall kreatives Wunderkind. Siehste? Zwei Bilder zeichnen, wenn er inspiriert. Sie ist bloß nicht inspiriert. Das ist das Problem. Der ist inspiriert. Nutzt uns nur nix. Mann, 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 Mann. Was sollen wir machen? Anne kriegt das mit den Kindern auch nicht hin. Emotionsdrang. Ja, du hättest auch erst zu Ende schlafen können, Mann. Kann sie eigentlich? Ich meine, da macht ja sowieso jeder mit jedem, ne? Massagefunktion. Ich fasse es ja nicht. Äh, okay. Das Bett mit Fernbedienung. Boah, ich habe wieder zu wenig getrunken heute, ey. Die Zunge klebt am Gaumen. Entschuldigung. Anna hat ein entzückendes Zeugs zusammengebraut. Na, guck mal. Karo schläft noch. Bist fertig, Kind? Wunderbar. Du kannst jetzt experimentieren. Oh, am Schrauben. Oh, am Schrauben. Was der, der? Oh, ho. Wabla. Sehr explosiv, das Ganze. Ach, Kinder, nee. Es ist langweilig heute hier in diesem Haus. Oh, hör auf zu klimpern, ey, ganz ehrlich. Ist ja grauenhaft. Wir werden mal Karo üben lassen. Ja, dann, hier, komm, pass auf. Äh, erst mal essen. Hau rein, ist Tango. Wenn du damit fertig bist, kannst du... Essen. Äh, kannst du spielen üben. Was frisst du da eigentlich? Pinchas. Aus Spanien stammend. Na, guck mal an, hier bin ich müde. Ich weiß nicht, warum. Ähm, üben. Mann, Mann, bei euch passiert heute aber auch überhaupt nichts, liebe Sims. Müsste doch so langsam mal besser werden, oder? Nein, rein? Oh, ja, enthal- Ah? Ach so. Level 8 der Mentalfähigkeit von Anne. Level 9 der Kreativfähigkeit von Caroline. Was ist denn mit der Musikfähigkeit, Mensch? Will nix sagen, aber irgendwie geht das hier überhaupt nicht voran im Moment, ne? Das ist alles so richtig schön. Jetzt nicht. Irgendwie? Alle zur Schule? Jawohl. Ach ja, Rechnung schon wieder. Wieder einmal ein Test. Daniel ist fast fertig, als er bemerkt, dass er eine Frage ganz oben übersehen hat. Alle seine Antworten sind jetzt falsch nummeriert. Er will es gerade der Lehrerin sagen, als ihm einfällt, dass er den Test dann noch einmal machen muss und das Ergebnis gar nicht in die Note einfließt. Also wenn er den Test neu macht, dann fließt es nicht in die Note ein. Wenn er den Fehler zugibt. Wenn er nix sagt, fällt es im besten Fall gar nicht auf, dass die Nummerierung falsch ist. Wenn es doch auffällt, hat er eine scheiß Note. Die Schule nimmt diese Übungsteste ernst, okay? Moment mal, wenn Anne zur Schule... Ach so, sie hat gebummelt, okay. Guck euch das mal an da, die hat geschwemmelt. Die kommt nicht so spät zur Schule, die geht heute gar nicht. Was zum Hänker macht die da so lange? Ist doch ein Bug, oder? Oh ja, radioaktiv, genau. Also ich glaube, Sims 4 ist ganz schön verbuggt. Zumba. Zumba. Kwamotu. Baa. 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 Die anderen kommen gleich wieder. Sie war noch gar nicht los. Soll Daniel den Klassengameraden Sammy einladen? Ja, mach doch. Alles gut. Sie hat geschwänzt. Die Labertasche. Dann ist er heute mit der Schule fertig. Genau. Christian ist zurück aus der Schule. So, aber was hier weiter passiert, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich bei euch für heute, fürs Zuschauen. Freue mich, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Und sage bis dahin erstmal. Ciao, ciao. Macht's gut bis dahin. Tschüssi. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.